Okay, was ist das hier? Tod. Du hast es verkackt. Alter, feister, crazy Form damals gehabt. Hier ist Joel. Joel! Joel! Ja, Bruder! Du spielst doch Fortnite, oder? Ja! Ja! Du bist voll der Opfer, Junge, ey! Junge, ey! Joel, du spielst doch Fortnite. Bro, das ist ein Goat-Hit-Clip. Joel? Ja, Bruder, was ist los? Du spielst doch Fortnite, ne? Ja, und jetzt? Was für so Opfer, Junge? Was für so Opfer, Digga? Ich sag' dir ganz ehrlich, Digga. Das Game an sich, Fortnite, ist so geil, Digga. Aber einfach nur diese kleine Kinder haben dieses Game so kaputt gemacht, Digga. Neue Map hier, Digga, neue Map da, Digga. Die wünschen sich alles, Digga. Und wenn ich für 1v1 gegen die mache, Digga, und die verkacken, die beleidigen mich direkt als HS, oder generell, sie swipen durch ihre TikTok-Fallion, schreiben unter jedes Video HS, Digga. Daraus besteht Fortnite, Digga. Sonst, an sich Fortnite ist so ein geiles Prinzip, Digga. Früher, du hast gezockt, es war alles wild, Digga. Keiner konnte was. Früher, du hast Fun an Fortnite gehabt, Digga. Und jetzt einfach, Bruder, jetzt versteckt dieses Game aus irgendwelchen... Digga, wie oft hat der Digga gesagt? ...Kinder, Digga, die nur beleidigen, wenn sie verkacken, Digga. Das ist einfach Fortnite, Digga. Ganz ehrlich. An sich an, ich sag' dir ganz ehrlich, Digga, FN ist so ein wildes Game, Bruder. Ich sag' dir ganz ehrlich, Digga. Ich sag' dir ganz ehrlich, Digga. FN ist so ein geiles Game, Digga. Bro, FN ist crazy. Es ist der... Hab' ich die Shadow-Rolle aufgegeben? Ihr wisst ja, dass mein Ziel ist, Shadow the Hedgehog im kommenden Sonic-3-Film zu sprechen. Wir haben schon viele Videos darüber gemacht, Millionen von Menschen erreicht und den Satz Shark für Shadow verbreitet. Und nein, Freunde, ich habe es nicht aufgegeben. Im Gegenteil, es gibt sogar kleine Neuigkeiten, was das angeht. Fortnite hat einen neuen, krassen Spielmodus, der heißt Re-Love. Bei diesen... Ich hab' ein gewaltiges Problem. Heute spielt Ronaldo von 18 bis 20 Uhr. Aber um 19 Uhr fängt mein täglicher Livestream an, also würde ich die Hälfte des Spiels verpassen. Das bedeutet, heute muss ich meinen Livestream früher machen, damit ich das Spiel ganz in Ruhe schaue. Alter, ich... Ich hätt' auch gerne die Probleme. Portugal gegen Türkei. Ich hoffe, ihr versteht, dass mein Livestream wird heute von 16 Uhr bis 17 Uhr 30 gehen, nur heute, okay? Vielleicht muss ich demnächst eine neue Livezeit machen, aber ich werd' euch darüber noch ändern. Es gibt gerade 5 gratis legendäres im Fernsehen. Hä, aber... Er sagt gar nicht mehr Uwe oder sowas. Hä? Wie scheiße? Bro, er hat sich verändert. Scharok, welches Shampoo benutzt du? Natürlich das Todd Shampoo, damit meine Haare so schön werden wie die von Todd. Hey, was laberst du? Warum magst du Shadow so sehr? Guckt ihn euch einfach mal an, Freunde. Er ist die Definition von cool. Außerdem ist er extrem stark und er hat eine wirklich emotionale Geschichte. Algorithmus gepusht. Ey, danke, Freunde. Lasst uns gemeinsam... Mach mal bitte seit langem mal wieder Geschenke. Hä? Freunde, es gibt doch so gut wie in jedem Video von mir ein Geschenk am Ende. Ich hab' damit nicht aufgehört, aber ich glaube, viele von euch schauen einfach gar nicht bis zum Schluss. Du spielst Brawl Stars? Was? Ja, seit drei Tagen. Kannst du bitte eine Fansynchro von Windbreaker machen? Hab' ich schon gemacht, aber leider haben das auch nicht so viele Leute... Alter, Windbreaker W-Anime. An der Stelle, kurze Empfehlung. Hab' ich angefangen vor fünf Tagen und bin jetzt fertig. Also halt aktuell ich... Aktuell auf Deutsch. Scheiße. Was ist jetzt? Digga, meine Haare. Hä? Ich glaub' meine Haare sind besser geworden. Seitdem ich... Ich schmier' mir so Sachen in die Haare und ich glaub' die sind besser geworden. Also... Nein, 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 nein. Pass auf, pass auf. Meine Haare sind besser geworden. Was ist das? Hugos Herrlein verschlimmert sich. Oh mein Gott, das hat Marsha mir gezeigt. Bro. Digga, jetzt zeigen die sich schon untereinander. Alter, das ist krass. Ja, das ist gottlos. So jetzt. Bro, der ist crazy. Der ist verrückt. Bro, der sieht aus wie so eine Wassermelo. Das sind keine Geheimratsecken mehr, Bro. Eher Geheimratsräume. Digga, ich darf streamen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Und... Und... Ich hätte die Kommentare niemals öffnen dürfen. Reefed auf drei Linien Schnee. Alter, der sieht aber echt aus wie Toni, ne? Ach du Scheiße. Dinger. Dinger. Zieh Kappe. Nach ne Nebenwirkung. Nehmenwirkung. Das Ding ist bei mir... die die dann sind und wandeln sich um in normale Haare. Das ist kein Witz. Das ist wirklich kein Witz. Ich könnte reinzurechtig auch Beinhaare nehmen und auf meinen Kopf machen, die wandeln sich um. Das ist kein Witz. Das ist kein Witz. Wirklich. Das... In Real Talk, das ist kein Witz. Das geht wirklich. Also ich könnte Beinhaare nehmen. Ich könnte Armhaare nehmen. Ich könnte Barthaare nehmen. Ich könnte Schwanzhaare nehmen. Ich könnte Arschhaare nehmen. Ich könnte auf meinen Kopf machen. Und die würden sich dann... Also das ist so eine Haarmurzel und die merkt sich, in welcher Region vom Körper die ist. Und wandelt sich dann in normale Haare um. Das ist das Einzige, was ich machen kann. Ich habe das von jemandem gesagt bekommen, der das hat. Also ich kenne jemanden, der hat Arschhaare auf dem Kopf. Ich sage jetzt nicht mehr, aber... Der hat Arschhaare auf dem Kopf. Und ich habe ihn die ganze Zeit ausgelacht. Sogar mit Cap. Man, Bruder, bitte. Ey, chip mal jetzt. Ihr müsst gar nicht runterfahren. Real Talk. Ihr müsst vom sechsten zum fünften schalten. Bitte. Man, bitte. Ja, Toupet geht auch. Aber Toupet, Real Talk. Ich sage, Toupet ist tot. Also mit Toupet würde ich mich so tot scheiße fühlen. Bro, gar keinen Bock mehr, dann die ganze Zeit so einen Skinlayer dranzukleben. Dann trage ich eine Glatze, bevor ich Toupet trage. Warum gehst du nicht in die Türkei? Weil... Weil erstens will ich gar... Also eigentlich habe ich gesagt, ich will nicht. Weil ich... In meinem Kopf bin ich noch zu jung dafür. Aber ich bin mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo ich sage, Digga, ich glaube, ich gehe wirklich da hin. Aber jetzt habe ich die Angst, dass ich das gar nicht machen kann. Weil meine Haare an sich einfach scheiße sind. Die sind viel zu dünn und ich habe viel zu wenig Haare. Wo sollen die Haare nehmen, wenn ich eh keine habe? Also ich habe zwar einen Spot... Also meine Haare hinten sind, glaube ich, voll. Also Real Talk, meine Haare hinten sind eigentlich voll. Würde ich sagen. Hier, da. Hier sind die eigentlich voll. Aber vorne, Digga, vorne ist tot. Digga, und Leute, die sagen, ich würde die nicht pflegen und so. Digga, ich pflege die besser als mein eigenes Kind. Wirklich. Ich habe extra Shampoo gekauft für Haare. Ich habe... Ich habe... Ich mache Conditioner drauf. Oder wie auch... Wie auch immer das heißt. Keine Ahnung, wie das heißt. Ich weiß nicht. Leak. Oh nein, ich habe geleaktet als ein Kind da. Ich habe... Ich habe extra Shampoo für die Haare. Also ich habe nicht dieses... Äh... 10 in 1. Ich habe für Haare extra geholt. Ich habe... Äh... Conditioner. Also ich mache... Ich mache das und dann mache ich noch was anderes drauf. Und das lasse ich einziehen. Und dann mache ich das nochmal raus. Und dann, wenn ich fertig bin mit Bahnen, mache ich nochmal so Sachen auf meine Haare. Ich fülle meine Haare nicht. Ich mache nicht so mit meinen Haaren. Ich mache gar nichts. Nimmst du Vitamine für Haarwachstum? Habe ich auch genommen. Aber... Guck mal. Genauso wie das Lied. Ich muss... Ich muss aufgeben. Weiße Flagge. Ich muss die... Ich muss... Die weiße Flagge. Ich hitze sie. Das macht Free jedes Mädchen, Hugo. Das ist jetzt nicht krass. Naja, also... Besser wie 10 in 1. Äh... Einfach ballern. Bruder, ich kann mit Stolz sagen, dass ich das Problem der meisten Männer gelöst habe. Und ich meine nicht damit die Probleme... Digga, wette... Er kommt mit... Wette, er kommt mit... Du Hund, bann mich. Digga, schimm mal. Er kommt mit... Bartroller in die Haare und irgendwas in die Haare schmieren. Retalker wird damit kommen. ... im Kopf, sondern die Probleme auf dem Kopf. Und zwar Haarausfall, Bruder. Bruder, Herz, ich blende mal hier kurz ein Bild ein, wie ich aussage, Bruder, vor 3 Monaten. Und Bruder, das war wirklich nicht mal lustig. Ich hatte mit 17 so volles Haar gehabt, Bruder. Und dann... Wie oft sagt der Bruder? Ab 18, Bruder, sind meine Haare einfach flöten gegangen, Bruder. Einer nach dem anderen. Bis ich einmal dann den Boxerschnitt gemacht habe... ... und dann... ... und dann wurde es aber noch schlimmer. Und ich weiß ganz genau, Bruder, dass ich nicht der Einzige ist, der mit sowas kämpft. Und deswegen will ich dir jetzt mein Wissen geben, Bruder. Was dich extrem, extrem weiterhelfen wird, Bruder. Ich lächle schon so, weil ich weiß... Dieses Video ist einfach geil, Bruder. Dieses Video ist einfach geil. Wenn du es gucken willst, guckst. Wenn nicht, dann verpiss ich, Bruder. Weil das ist ein Mehrwert, Bruder, den hast du nirgends gesagt. Man, wie oft sagt er. Ich bin gestoppt. Nein, ich habe mein Haarwachstum angeregt, dass neue Haare kommen. Meine Haare... Bruder, ich habe einmal so gemacht, mir sind zehn Haare runtergefallen, Bruder. Ich habe Angst, was zu machen jetzt. Jetzt fällt nichts mehr runter. Und das allererste, was du machen musst, sind ätherische Öle. Und ich empfehle dir jetzt drei Öle, die mir extrem weitergeholfen haben. Das ist Rosmarinöl. Ne, Klassiker. Hilft immer sehr gut. Das ist Rizinusöl. Auch sehr, sehr gut für die Haare. Und das ist Pfefferminzöl. Das sagen die ja wenige. Ich weiß nicht warum, aber Pfefferminzöl, Bruder, stärkt die Haarwurzel so geil, Bruder. Das ist... Und der gute Geruch. Der gute Geruch. Bruder, ich muss ganze Fritteuse in meine Haare reinmachen mit dem ganzen Öl. Das ist wichtig. Denn, ihr braucht einen guten Geruch für eure Haare. Denn, ihr müsst euer Shampoo in den Mülleimer werfen, Bruder. Und zwar müsst ihr Aleppo-Seife benutzen. 85% Olivenöl und 15% Lorbeöl. Diese Seife braucht ihr auf jeden Fall. Und ich kann mal ein Video darüber machen, wie ihr diese Seife flüssig machen könnt. Mit mehr mixen könnt, damit eure Haare noch krasser wachsen. Und jetzt kommt nochmal ein Tipp. Dermaroller benutzen. 1,5 Milliliter oder 2 Milliliter. Das ist immer das Gleiche. Lasst euch nicht einreden. Ne, das ist zu viel oder so. Nein, das ist nicht zu viel. Fangt damit an. Zweimal die Woche. Dann geht ihr langsam hoch. Bis ihr irgendwann jeden zweiten Tag kommt. Also so ab der vierten Woche könnt ihr das jeden zweiten Tag machen. Jeden zweiten Tag geht ihr dann hier rüber. 30x horizontal, 30x vertikal. Bei diesen Bartrollern, was ich nicht verstehe. Das macht wahrscheinlich gar keinen Sinn. Aber wenn ich jetzt meine schönen Bartroller mache. Und diese Öle. Kommt da irgendwann. Sprießen da irgendwann Haare? Und ich hab ne Motorbräuer? Ja, safe. Digga, nie im Leben. Da wachsen ja auch normal keine Haare. Ja, aber da wo jetzt keine Haare bei mir sind, da wachsen ja auch keine. Und dann respawn. Also mach ich Reboot-Karte da rein. Ja, Reboots. Ah, Bruder. Verstehe, Bruder. Ja, Bruder. Oh mein Gott. Vertraue mir, Bruder. Digga, Bro hat Bruder als Punkt benutzt. Mein Essen ist in elf Minuten erst da. Ist das Louis? Alter, was? Also mach doch mal. Oh nein, Louis. Oh nein, Louis hat auch eine Haare Auswahl. Oh, Hölle. Nein hat der Haare Auswahl. Oh mein Gott. Tut du mit. Oh mein Gott. Bro, mein Lieferant hat Haare Auswahl, Jungs. Ich zeig ihm das Video gleich. Digga, tot. Tod. Oh mein Gott. Ich hab ihn nicht gezeigt. Ich hab das Gesicht nicht gezeigt. Ich hab nur seinen Kopf gezeigt. Gib ihm Bartroller als Trinkgeld. Jungs. Warte kurz, er antwortet und ertrinkt dann. Das ist er gerade. Lol, lol. Hallo. Ich hab noch nie den frühen Clip gesehen. Häh? Ich hab noch nie den ganzen Clip gesehen. Hallo. Seht her. Ich bin reiche, steuerte, ziehe und esse. Essen kommt nicht. Oh, 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 oh. How are you? I am under the water. Please help me. You are too much raining. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh.